Ja. Ja, das stimmt. Ja, wenn die, die wirklich eine Schwäche hat, dann ist es eine Recovery. Ja. Ja. Scheint sich hier auch direkt auf FD... Ja. Mistig. FD sagen ja viele Spittis bestes Save. Du kannst halt sehr viel Platz mit der Banane einfach bei einem Sprungis fassen. Ja. Jetzt kann man auch was bei dem Überblick verhalten, welcher, bei dem, bei dem, der zwecher ist. Boogie ist blau, okay. Ja, dann ist der graue Deddy. Und dann kommt auch die Banane... Oh. Geht hier mit der Down-Air was zu machen. Dann ist raus. Oh. Fängt die Zeit, die in der Luft mit der Banane kommt, dann etwas zu werden. Ja, auf jeden Fall. Sieht auch momentan sehr, sehr einseitig aus, das geht. Oh. Das hätte ich eigentlich gedacht. Ja. Bin ich gut. Oh, aber da kommt er zurückgeflogen. Ganz schnell. Dann haben wir jetzt auch keinen Up-Sender. Oder halt Banane-Up-Smash. Das geht natürlich. Ja. Dann sieht man ja auch hin und wieder mal. Wenn die Gegens gegen einer dann auch tilten. Ha. Hast du schon gezogen? Ja, stimmt. Ja, das ist hart. Ja, gut. Pre-Patch-D. Die müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das war nicht schön. Ja, Milo sehr, sehr dominant. Wobei er jetzt auch aufpassen muss bei dem Patienten. Aber ich glaube er passt. Ich denke auch. Oh. Der liegt auf der anderen Seite, dass der ist. Ja. Da holt Milo wieder Banane into Smash. Hab Smash gemacht. Das Übliche. Ja, und ganz unerwartet gewinnt Diddy Kong. Ja, ja. Definitiv. Ja, Diddy Kong ist auch einer dieser Charaktere. Der hat zwar einige Nerfs abgekriegt, aber ich glaube es gibt nur sehr wenige, die sagen, dass er nicht topreif ist. Ich denke selbst auch. Er ist einer der besten Charaktere des Spiels. Also allein durch die Banane macht er schon so viel Glück. Ja. Das stimmt. Auch seine Fähr hat so viel Range, das erwartet man gar nicht. Sehr dick bei der Affe. Ja. Jetzt hier Town & City. Ja, das ist ein bisschen schwer zu erkennen. Oh, das Barrel sucht. So lang. Oh, wow. Das ist unlucky. Bei sich. Oh, das ist ja kein Zeug. Ok. Genau. Ja, da ist nichts zu wollen. Ey, wenn das Barrel einmal losgetreten ist, das fliegt ja heils los rein. Das ist ja ein Bisser. Ja, stimmt. Ich fände das glaube ich super anstrengend mit so einem Möhrer Match ab und zu achten, welche Bananen jetzt meine ist Meine vielleicht auch die, die am Kronen Das neue Huha, Abfrau, Abfrau, Abfrau Jetzt bin ich sehr am Kronen Ja, ist gut Wie du Bier, so ich dir So muss das Oh mein, oh mein Ja, die, die ähm, die, die Dittos sind schon... Kann man sich mal angucken